In diesem Video zeige ich dir eine echte Weltneuheit. Ein Marker im Blut, den wir durch ein bestimmtes Lebensmittel erhöhen können, welcher Aufschluss über unser Sterberisiko gibt. Auch ich habe was Neues gelernt und integriere dieses Lebensmittel, welches ich kaum gegessen habe vorher, jetzt öfter. Also dranbleiben, es lohnt sich, denn wer länger dranbleibt, lebt statistisch signifikant länger. Los geht's. Es gibt ein ganz bestimmtes Merkmal, welche Stoffe für unseren Körper wichtig sind. Als erstes wissen wir, dass es viele Stoffe gibt mit guten, gesicherten Datenlagen, die uns gut tun, wie zum Beispiel Cucumin aus der Kurkuma-Wurzel. Nichtsdestotrotz, dass Cucumin so gut ist, ist dieser Stoff nicht wichtig für unseren Körper, da die Absorptionsrate weit unter 1% liegt. Alles, was wir aufnehmen, davon ist Zufall und schleust sich quasi ein, in dem eigentlich ein anderer Stoff hätte aufgenommen werden müssen. Es gibt aber tatsächliche Substanzen aus Pflanzen, die dem Körper so wichtig sind, dass er es nicht im Zufall überlässt, sondern diese gesondert aufnimmt. Doch wie konnte unser Körper unterscheiden, welche Substanzen ihm gut tun und welche er besonders gut absorbieren kann? Im Laufe der Evolution gab es Mutationen in Menschen, in bestimmten Transportsystemen im Darm. Ein Beispiel wäre die Mutation in dem Enzym L-Gulonon-Lacton-Oxidase aus der Leber, sodass der Mensch Vitamin C nicht mehr selbst herstellen konnte. Das konnte er früher, aus Zucker in der Leber. Das hat den Menschen aber nicht ausgerottet, auch wenn er ohne Vitamin C sterben würde, da er ohnehin immer viele Pflanzen gegessen hat und er genügend über die Nahrung aufgenommen hat. Wären wir tatsächlich reine Fleischfresser gewesen und hätten die Mutation da dementsprechend auch gehabt, wären wir heute nicht mehr auf der Erde. Das verdanken wir auch, dass unser Körper ein extra Transportsystem hat für das Vitamin C, das SVCT heißt es. Es geht aber auch in eine andere Richtung. Betrachten wir einen Stoff, der für den Körper nicht direkt essentiell ist, der Mensch aber eine Mutation hatte und einige Menschen, die diese Mutation weitergaben, jetzt einen bestimmten Stoff aus einer Pflanze besser aufnehmen als andere Menschen. Jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Wenn so gut wie jeder Mensch diesen Stoff heute absorbieren kann, da der Mensch durch eine Mutation einen Transporter gebildet hat, hat das einen Grund, dass dieser Stoff uns Menschen stärker gemacht hat als alle anderen Menschen. Und so hat er sich evolutionär durchgesetzt, der Transporter. Da alle anderen Menschen ausgestorben sind, die diese Mutation im Transporter nicht hatten und diesen Stoff nicht so in der Menge aufnehmen konnten. Dieser Stoff hat uns Menschen stärker gemacht, von dem ich gerade rede, und zwar erheblich. Ich möchte dir heute eine komplette unbekannte Substanz vorstellen, die keiner kennt, aber unser Körper tatsächlich vor Millionen von Jahren eine Mutation hatte und plötzlich diesen Stoff besser aufnehmen konnte, da er einen Transporter gebildet hatte. Eine sehr interessante Studie zeigt euch gleich, wieso die Menschen von heute so gut wie alle diesen Stoff durch einen Extratransporter aufnehmen können, da er die Menschen stärker gemacht hat als alle anderen Menschen, die diesen Stoff nicht durch Transporter aufnehmen konnten. Übrigens fungieren liposomale Produkte genau so. Sie wirken wie ein echter menschlicher Transporter für alle guten Stoffe, die sonst kaum aufgenommen werden können. Wer diese Art von Nahrungsergänzungsmittel noch nicht kennt, sollte sich das unbedingt mal am Ende des Videos in der Videobeschreibung ansehen, denn es lohnt sich, hat gerade mein Leben sehr, sehr, sehr stark verändert, durch das liposomale Kulenzum Q10 zum Beispiel. Heute geht es um den Stoff Ergothionin. Das ist der Stoff. Er ist eine natürlich vorkommende Aminosäure und ein sehr starkes Antioxidant. Menschen und andere Tiere haben einen speziellen Transporter für das Ergothionin, der als SLC22A4 bekannt ist. Müsst ihr euch nicht merken. Dieser Transporter ermöglicht es dem Körper, Ergothionin effektiv aufzunehmen und zu speichern. Jetzt kommt es, was darauf hinweist, dass es für den Körper eine wichtige Rolle spielt, so viel wie es nun geht davon aufzunehmen. Denn das sichert sein Überleben. Jetzt wird es sehr spannend, denn ich zeige euch gleich, wo dieser Stoff enthalten ist und zuerst, was passiert, wenn wir hohe Spiegel im Blut haben und was passiert, wenn wir keine hohen Spiegel von Ergothionin im Blut haben mit unserer Gesundheit. In einer sehr interessanten Studie, über 21,4 Jahre ging die Studie, mit 3200 Probanden, wurden 112 Blutmarker gemessen. Und dessen Wirkung, wie häufig die Menschen mit bestimmten Blutmarkern an zum Beispiel kardiovaskulären Erkrankungen starben oder an Diabetes erkranken und das innerhalb von 21,4 Jahren in der Studie, also wirklich aussagekräftig. Innerhalb dieser 112 Blutmarker sind 5 besonders herausgestochen, die mit Gesundheit unter den 3200 Menschen, ja über 21,4 Jahre, assoziiert waren. Wir sehen hier, zeigt Ergothionin, für welches der Körper extra einen Transporter hat, besonders signifikant gute Assoziation mit Gesundheit, hier ganz oben. Das kann man noch genauer quantifizieren. Wir schauen uns ganz links Ergothionin an und dann achten wir mal auf den grünen Punkt, denn dieser steht für die allgemeine Sterblichkeit. Wie wir sehen, ist diese allgemeine Sterblichkeit deutlich herabgesetzt in den Menschen von den 3200 quasi mit höheren Ergothionin-Spiegeln. Da war die Sterblichkeit signifikant herabgesetzt, ja, nicht in den, die keine Hohenspiegel hatten. Wir reden hier von knapp 20 Prozent und das mal zu veranschaulichen. Wenn du mit Ergothionin 100 werden würdest, wirst du ohne nur knapp 80 ohne Krankheit. Das ist unfassbar viel und signifikant. Ich wiederhole auch nochmal, das ist keine Wochenendstudie, es gingen über 20 Jahre. Das gilt übrigens auch für den Schlaganfall und für die Häufigkeit davon in den 21,4 Jahren oder das Diabetes ebenfalls oder koronare Herzkrankheiten sowie den Herztod. Und das alles nach Geschlecht getrennt. Schaut man sich das Ganze nochmal gemeinsam an, im Allgemeinen, nicht geschlechtergetrennt, dann sieht man genau den gleichen Trend, was Ergothionin hier Unfassbares leistet für deine Gesundheit, für meine Gesundheit, für uns aller Gesundheit. Das Ergebnis der Studie lautet wie folgt. Ergothionin war der Metabolit, der am stärksten mit dem Verständnis einer gesundheitsbewussten Ernährung verbunden war. Ergothionin war mit einem 15-prozentigen, geringeren Risiko für koronare Herzkrankheiten verbunden. Kardiovaskuläre Sterblichkeit war um 21 Prozent herabgesetzt. Und die Gesamtsterblichkeit war ebenfalls um 14 Prozent herabgesetzt in den Menschen, die ausreichend hohe Spiegel hatten im Vergleich zu denen, die keine ausreichend hohen Spiegel hatten. Die Konklusion der Studie lautet, wir haben festgestellt, dass ein höherer Ergothionin-Spiegel, ein unabhängiger Marker für ein geringeres Risiko für kardiometabolische Erkrankungen und Mortalität war, was möglicherweise durch eine spezielle gesunde Ernährung induziert werden kann. Noch ein paar sehr interessante Fakten. Betrachten wir uns einfach mal die gesündesten Substanzen bei uns im Körper. Dazu gehört vor allem natürlich das Glutathion an erster Stelle. Aber auch die Alpha-Liponsäure. Beide Stoffe sind mit die stärksten Antioxidantien und entgiften uns im Körper natürlich. Aber auch aus dem Knoblauch, das Alin oder das Sulforafan aus dem Brokkoli. Das sind alles Stoffe, die wie Ergothionin ebenfalls Schwefelverbindungen tragen. Das habe ich sehr, sehr interessant mal hier herausgefunden. Und das ist schon wirklich sehr, sehr klar, dass diese Substanz definitiv auch ein Superstar ist. Ergothionin wird in einiger wissenschaftlicher Literatur auch als ein neues Vitamin bezeichnet, da der Körper es nicht selbst bilden kann, dafür aber Extratransporte entwickelt hat. In dieser Studie zeigt sich, Ergothionin verhält sich auch ähnlich wie Glutathion, denn im Alter sinkt der Spiegel von Ergothionin bei uns im Körper. Und wie wir wissen, korreliert Alter auch mit Krankheit. Und wahrscheinlich, dass wir, je älter wir werden, auch mehr davon verbrauchen anscheinend. Was ebenfalls sehr interessant ist, schaut man sich diese kognitiven Fähigkeiten mal an der verschiedenen Menschen, dann sieht man, dass geistig beschränkte Menschen niedrigere Spiegel von Ergothionin haben, als Menschen mit reichlich Ergothionin und das statistisch signifikant. Das kann doch sicherlich auch ein Zufall sein, oder? Nein, das eben nicht, denn es geht ebenfalls auch in einer anderen Studie auch hervor. Man sieht hier eindrücklich, dass der Ergothionin-Spiegel niedriger ist in den Menschen, die kognitiv beeinträchtigt sind. Nochmals nein, in einer anderen Studie habe ich ebenfalls was sehr Spannendes gefunden, dass, wie wir hier sehen, in Gelb erhebliche Mengen Ergothionin im Hirn zu finden sind, und zwar im gesamten Hirn. Wenn man es mal zuführen würde, ja, das Interessante hier, dass Ergothionin am meisten im Auge vorkommt. Und sicher, ja, wenn es im Hirn schon so eine Wirkung hat, dann kann es auch sein, dass es im Auge natürlich dort auch massive Wirkungen haben wird, ja, ebenfalls auch im Knochen- und Magendarmtrakt, denn dort kommt es am meisten vor. Was nicht vernachlässigt werden darf, dass es tatsächlich im gesamten Körper vorkommt. Und daher wirklich eine entscheidende Rolle spielt bei uns, die wir nur jetzt noch nicht so wirklich kennen und erst noch kennenlernen oder möglicherweise es vor uns vertuscht wird. Machen wir mal ein Zwischenfazit. Es ist klar zu sehen, dass der Spiegel von Ergothionin, welchen wir uns nur über die Nahrung zuführen können, im Alter sinkt, trotz wir Extra-Transporter dafür haben. Diverse Studien zeigen ebenfalls eine knapp 20-prozentige höhere Chance, ernsthaft zu erkranken oder früher zu sterben, wenn der Spiegel von Ergothionin herabgesetzt ist im Blut. Auch eine kognitive Fähigkeit ist signifikant eingeschränkt bei niedrigeren Ergothionin-Spiegeln im Blut. Jetzt stellt sich die Frage, wie bekommen wir diesen Stoff? In dieser Studie wurde Folgendes gemessen. Was passiert mit dem Blut- und dem Ergothionin-Spiegel, wenn die Menschen Pilze konsumieren? Wir sehen hier tatsächlich, dass je mehr Pilze am Tag gegessen wird, desto höher war der Ergothionin-Spiegel im Blut. Schaut man sich diese Abbildung an, dann sieht man, dass herkömmliche tierische Produkte wie Leber, und das ist ja das nährstoffreichste tierische Produkt auf dem Planeten und vielleicht sogar in der Milchstraße, nicht große Mengen davon haben. Aber auch andere pflanzliche Quellen wie Hafer und Bohnen, die ja sonst so ambulant sind in vielen sehr wichtigen Substanzen, hier wirklich nicht zutrage kommen. Die wirklichen Superstars sind hier die Pilze und in dem Fall der Osternpilz. Osternpilze heißt es. Das müssen wir essen. Also habe ich mich für euch mal auf die Suche gemacht, nicht nach Pilzen, sondern nach wissenschaftlichen Publikationen, wo Pilze auf deren Ergothionin-Gehalt gemessen wurden. Und das habe ich auch gefunden, glücklicherweise. Und deswegen auch ganz wichtig, noch einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Und die wichtigsten Vertreter, die man auch kaufen kann, habe ich für euch hier übersetzt, denn die ganzen lateinischen Namen, die waren mir jetzt tatsächlich nicht so geläufig. Das war ein bisschen Fummelarbeit für mich. Denn viele davon sind wirklich super seltene Pilze und da kommt man auch so nicht dran. Von daher sind sie eigentlich relativ irrelevant. Der Konsens herrscht aber. Man sieht hier, dass Osternpilze ebenfalls sehr gut abschneiden, auch in dieser Studie. Ganz unten rechts, der letzte Pilz, ist der Reishi-Pilz, der sonst immer als ein Superpilz bezeichnet wird. Dieser hat aber so gut wie gar keine Ergothionin. Auch Shiitake hat erhebliche Mengen davon, so wie der Butterpilz, den man vielleicht noch kennen könnte. Und im Allgemeinen, ja, die sehr hohen Werte, die ihr hier seht, werden von den Ritterlingen, beziehungsweise den violetten Rötelritterlingen hier auch vor allen Dingen, dargestellt, aber wie gesagt, leider sehr unbekannt, ja, aber Shiitake und Osternpilze, ich denke, damit können wir jetzt arbeiten und haben wirklich ganz tolle Erkenntnisse. Das war's mit dem Video. Alle wichtigen Produkte für eure Gesundheit findet ihr natürlich in der Videobeschreibung unter mein Lebenswerk. Ich danke euch für eure Unterstützung und bis gleich auf puracel.de und bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020